So, bin wieder da. Okay, jetzt kann ich eine Anfrage machen. Zerkackern. Zerkackern heißt sie. Äh, äh, ja. Zerkackern. Diese Person existiert. Zerkackern. 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 er entweder ist es ein fähig Junge oder m ich würde es dumm einzugeben ich habe ich glaube das zweite ein halbes stunden Video dauert bei mir Giga Prozent Giga Byte die Blumen habe ich Posten da mich keiner kennt 15 so kackern das Name den ich check's ich check's mein Freund wir bettet die wir kommen morgen kann ich jetzt nicht die Scheiße die Woche ich war hat so bin ich halt wie fest durch ihn läuft hier und doof in der Gegend herum aber er kann jeder weiß warum okay Tududududududududu SO sag mal, der letzte ändel Ich weiß schon, ich bin HP und ähm, das Quest, äh, Die Gilde Quest, kann man das ahnen, ich bin ja gar keine Gilde Kier. Du, 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 du! Meldung, willkommen in Forsaken World. Ähh, ich hab aber WOLT... Nein, 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 nein! Ich wollte ihn aber nicht super sch then. Okay, ich werd gerade... Voll Scheiße! tut das Jahr wissend Lärmler gut ist ok besegnbar die Wölfe Tee dank Sto diese Schule ist 16 17 Prozent durch Stuf Prozent die Schufe die Einheit kann jetzt knapp sagen und sie sind Prozent ruf den arbeit ausrufezeichen und am avatar ich sehe gerade ein gar kein ausrufe die also wo soll das sein bitte schön danke haha nein genau gibt's gar keins äh du äh ich bin Krimiger Wohlwollfe aber kann ich jetzt dieses Balls suchen die Lüte die die Erbüro in die Geburt da ich habe konnte mich an der Penner war kopfdruck er greift er um Oh, voll der Spaten, ey. Boah, komm, fick dich. Geh sterben, ich mag hier keiner. Also, weil man das so im echten Leben sagt, da hat man Schwierigkeiten. Also, Leute niemals sagen zu ihm. Okay, ich glaube keiner macht zu was, weil keiner so blöd ist. Uh, ich habe eine Vampir-Fake. So, es ist jetzt so gemeint, so. Voll der Post. Sandra. Ja, diese... Komm, beschwören wir mal unser Tier. Ein Tier kann auch mal bekämpfen. Kann auch Level steigen. Na so wie ich. Oh nein! Oh nein! Juhuda! Okay, komm! Kittles Zugeteilt ... 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 eine ebene wenn ich bereich sturm legion so ist so ist hier stimmt wokos durch muss g wir haben die quest komplett also geben wir es mal ab Prozent Sturm und Sturm um Die Gruppe ist vor Übungen der Löwen zugeteilt worden. Die Idee dafür zuständig ist, die Sturmlegion in diesem Gebiet zu töten. Wir haben keine Hinweise darauf, wo sie sich aufhalten. Also sucht nach ihnen, während ihr andere Aufgaben ausführt. Ähm, das ist ein geiler Hinweis, ey, also... Also man kann gar nicht sagen, Bilder betritten. Ja, komm, Level Up. Ich bin gespannt, ähm, wie... Boah, wie die Talentpunkte sind vom Vampir... Vampir! Boah, hier ist es voll kalt, ey. Alter! Voll übel! Du tät' ein... Wider Bär! Du tät' ein wilden Bär! ... ... ... ... ... Questings der Wolfsburg Ok Titel so ein Fleisch zu in das also man muss nur ein Bären Wolfsfleisch ein Bär drauf Wolfsfleisch äh also ja ich glaube ich nehme jetzt so eine Stunde schon auf wenn ich dann so das Tisch Grillen und dann ich schreibe die schreibe die 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 Wo muss man das mariniere bereitet? Marieter. Oh. Ähm. Okay, ähm. Alter, was dauert das so lange? Dann frage ich mich. Alter, was soll die Scheiße? Ähm. Alter, ich halte es hier gleich ein, ey. Nein, ich will es nicht zerstören. Wie soll man das denn machen? Gegrillte Speersteig. Halbgare ist was sich geschehen. Ja, nicht das benötigte Werkzeug. Alter, meine Fress. Da war ich nicht mehr. Ja, ich will das nicht mehr einsetzen. Nein, ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Bärenfleisch. Okay, wenn das jetzt nicht geht, dann... Ähm, schreie ich... Weil dann habe ich auch keinen Bock mehr. Hier ist meine Aufnahmepause. Laut hoch und... Entschuldigung, ähm, ja. Ähm, werde mal schauen. Ja, endlich, geht doch. Verbrannt es, ey, genau. Fick dich. Ehrlich zu sein, ich bin grad sauer. Ach, genau, ey, wie viel braucht man da denn? Genau, haha.